Servus heute und herzlich willkommen zu einer weiteren Newdown Folge und mit dabei ist Chris und Marcel und ich fahre mit 30 FPS wir machen heute in pvp play gegen mich ja und irgendetwas und irgendetwas das gefühl du wirst gewinnen ja ich meine vaterkarten 30 FPS rum und das alter wie sich das anfühlt what the fuck ganz mehr zu gucken what the fuck alter schwede ja nee okay doch nicht zu gucken bin schon weg alter das handling war ja gerade richtig scheiße beim drehen meine güte ansonsten habe ich ja irgendwie immer 60 oder sowas jetzt habe ich gerade auf einmal nur noch 30 richtig gut alter der erste runde Marcel du bist auch da ne alter der wagen überschlägt sich ja übelst wenn man 30 FPS fährt ja das hast du einen Stunt gemacht oder was ne ich wollte einfach nur ganz normal rüberspringen und auf einmal überdreht sich dieser scheiße ja der dreht sehr sehr stark wenn man wenn man ein wenig FPS hat leil ich komme da gerade überhaupt nicht klar ist halt meine Lieblings-Map ich mag Speed Infernus nicht deswegen habe ich schon gekauft damit ich das PvP verliere warum Estro nass ja jetzt schon das ist ja schon ein guter Anfang ja verloren ja ich bin ja mal gespannt wie das wird ich hoffe ich komme schnell drauf klar Speed Infernus hab ich auch lieb so ich habe auch noch was ich freue mich schon drauf wenn ich den Trumpf ausspielen kann was fuck fuck Rassism mach du ruhig ich weiß gar nicht ob die noch drinnen ist weil ich habe versucht die letzten zwei Tage zu zocken und irgendwie ach man ey was habe ich gemacht du bist voll weggerammt lol du bist bei mir noch nicht bald da gewesen du bist voll weggerammt bei mir hat er auch nichts gemacht what the fuck schöner Synchro-Bug wieder lol what the fuck alter wenn du das siehst das ist nicht normal alter 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 wow ich habe auch gefällt hättest du nur ein bisschen länger warten müssen dann äh ja hätte es geklappt ich glaube da wird jemand geboren werden oh ja ich glaube auch ja ich glaube auch ja ja das heißt zweite Runde geht an mich und äh ja ja ui ui die ganze Zeit mache ich nur Stunts zum Frontflip ey du packst du schon? ne ja meinst was ich getränkt habe? ne halt's im Maul ok ich will es gar nicht wissen ich will es gar nicht wissen ok wahrscheinlich genau dasselbe wie letztens hehehe war ich auch schon zu? ja ja hab ich schon gemerkt ja 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 und das sagt er mir um 2 Uhr früh und dann verarscht sie mich die ganze Zeit alter den hab ich nicht verarscht doch achst du äh warte man voll verpeilt also ähm du kannst ja gerne äh deinen Trumpf jetzt ausspielen damit du wieder zum weil du weißt ne wenn ich jetzt wenn das ist jetzt ein äh Dingens äh Matchball ne wenn ich jetzt die nächste gewinne habe ich schon gewonnen ne ich kann es jetzt nicht spielen ich kann es erst jetzt machen mach blöd das heißt du müsstest jetzt Glück haben und ich müsste das jetzt ordentlich verkacken ja schauen wir mal Contest sagt mir nichts geht doch ähm auf jeden Fall würde ich auch nochmal gerne ein PvP machen wenn du aufnimmst weil dann hätte ich diese FPS Probleme nicht ja klar ist kein Problem ich nehme ja grundsätzlich mit 80 FPS auf das sind ja 20 weniger als jetzt also das kriege ich auf jeden Fall hin ja ich habe vergessen die FPS umzustellen deswegen habe ich 30 das ist Backtank Bug ich habe unten diese Textform oh ja so gehört sich das ui roh 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 ja gib mir den ich komme nicht zu meinem Pferdus lol dein Ernst ja gut dann kämpfen wir halt mal so ein bisschen ne nicht kämpfen alter ne ich fahr nochmal ja ja toll nochmal fahren dann sagt man auch schon campen ja was soll ich machen das ist auch schon so gut wie campen ja F drücken wenn du verkackt hast hast du ja ja gut dann habe ich verkackt jetzt hast du die Runde gewonnen geht doch meine Güte ja ich werde jetzt verkack ich auf Fuck Racism einfach weil ich zu wenig FPS immer als auf die FPS schieben ja ich wette solche Kommentare kommen jetzt eh guckst du mir zu play oder ich probiere es gerade noch mal selber was machst du ich probiere es gerade noch mal selber aber wenn ich jetzt verkackt dann gucke ich zu ich hab's verkackt ich hab's verkackt aber naja geht ja gut dass ich mein Skype nicht ausgemacht habe gut dass ich nicht aufnehme mhm oh die Map ich hause sie joo gut du du lebst noch Marcel ja Schleiß ach was kackt weil du zugeguckt hast ich hab nicht zugeguckt ich bin doch selber im Leben oh jetzt lebe ich nicht mehr ui die das sind also die richtigen Suchtis nicht normal so dann hoffe ich mal dass ich jetzt bei ja bei Fuck Racism den den zu endgült ne den zu den zu äh Schuh alter was los jetzt ja klar aber trotzdem aber ich glaube ich gehe in eine andere Welt ansonsten ne wenn wir vier alle gleichzeitig losfahren und springern dann wird das oben bei der Schanze nicht gut gehen ja ok der lügt der will doch noch nicht dass wir sehen dass der kennt dann lass mich vorfahren ja lass mich vorfahren weil ich meine ich hab so oder so jetzt gewonnen sag ich jetzt mal wenn ich das jetzt aus irgendeinem Grund nicht schaffe bin ich es ja eh selbst schuld also ähm du hast so lol der Song hat da verkackt nein aber es ist ja noch so dass Marcel und Dings da sind deswegen ich lass dir vor am besten mich vorfahren lassen ich hoffe Hardy sieht das genauso aber der ist ja grad gar nicht dabei trotzdem mhm so Fuck Racism juhu oh ne mit dem drehen wird das jetzt scheiße werden weil okay ja FTS das wird schon irgendwie hinhauen kannst ja trotzdem genau mal gucken ob es denn überhaupt klappt gut dann lass dir mal vor dann fahr ich mal vor na scheiße lol was war das denn jetzt was hast du gemacht alter ich glaubste ja alter ich kann nicht okay lass mich vorfahren alter was hat er gemacht ey ich glaub lol schon wieder ey sag mal was hab ich denn jetzt bei meinem Handlings ich kann nicht ich kann nicht mehr einfach zu gut alter alter das ist jetzt nicht euer ernst oder ich kann voll packen ja ich auch aber noch mehr als ich kannst du dich verkackt haben ganz ehrlich lol dein ernst dann bin ich voll ins Wasser gefahren ja ich bin einfach geradeaus gefahren wollte die erste da nach links oder rechts fahren na je nachdem von welcher seite und bin dann einfach ins Wasser gefahren lol du willst dann nice fail naja vielleicht schaffe ich es ja jetzt im Trainingsmodus mal ich weiß nicht ich mag diese Strecke eigentlich nicht ich weiß auch nicht warum also ich find's ja immer fett geil wenn so die Logik total dumm du musst die erst da drehen dann da drehen dann da drehen dann zurückfahren und so voll komisch ne ja ja übelst komisch und Hardy weiß nicht wo lang dann kriegst du auf einmal einen Sandking und dann weiß ich nicht mehr wo lang ah hier entlang genau und Hardy kapiert's nicht dass man den Schwung einfach mitnimmt und gleich rüber fährt hui 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 hast verpackt so wenn der wüsste dass ich ihm zugeschaut habe man 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 ey richtiger Hahn halt so letzte Runde du hast so oder so schon gewonnen ja ich hoffe ich kann jetzt wenigstens 4 1 machen das sieht immer in der Statistik besser aus anstatt 3 zu 2 weil dann sagen sie alle oh war ja nochmal knapp ja ja auch gegen mich hättest du nicht gewonnen ein blödsinn ich hab gegen dich gewonnen ja ansage ansage nächster Part gegen Marcel ihr wisst bescheid ich habe schon gegen jeden ach Hardy was macht der denn der besteigt mich hier voll der besteigt dich ja der hat mich auch vorher schon die ganze Zeit bestiegen alter wie ich gespielt hab richtiger besteiger richtiger steiger oh leid fast schon wieder fail alter ach die Map ist das scheiße ich seh nix weil bei mir wieder viel zu hell ist oh nein nein ich hab verkackt so richtig gut alter ok dann guck ich dir mal zu weiß dann hab ich auf jeden fall die 5 also 4 zu 1 steht's am ende des pvps ihr wisst bescheid und ähm joa leu wo muss ich denn hin ich weiß das auch nicht und irgendwann mal ja ja auf jeden fall nicht wenn ihr bei djn let's plays pvp play zockt seht einfach mal angucken dann seht ihr dass ich eigentlich besser bin oder so als ich ich höre es dir voll die Ansage hier egal ich bin trotzdem besser als Plane boah lol ich kann das nicht hier na du lebst noch jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr lebt noch nicht mehr von euch weiss ich nicht Hardy lebt noch ne ne alle tot alle tot auf jeden fall und ja dann beende ich an der stelle mal den part ich bedanke mich fürs zuschauen heute mal richtig kill action von mir und äh und ja bis zum nächsten mal haut rein Leute ciao tschüss Vielen Dank.